Hallo zusammen, ich heisse Lukas Imobersteg. Im Sommer 2023 habe ich den Bachelor-Bamaschenwesen an der Fachhochschule in Burgdorf erfolgreich abgeschlossen. Für meine Bachelorarbeit habe ich mich mit Engineered Logjams beschäftigt. Dabei handelt es sich um eine wilde Holzstruktur aus Baumstämmen und Wurzelteller, welche im Wasserbau zum Schutz der Ufer vor Erosion und zur Strömungslenkung eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass sie neben der Ufersicherung auch wertvollen Lebensraum für Flora und Fauna bieten. Ziel meiner Bachelorarbeit war es, in einem Modellversuch hydrodynamische Kennwerte zu messen und daraus Schlussfolgerungen für die Praxis abzuleiten. Darüber hinaus soll Optimierungspotenzial für die Konstruktion und die Bemessung aufgezeigt werden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kann nun ein Stabilitätsnachweis für einzelne Wurzelteller geführt werden. Erkenntnissen 2. 2. 2. 2. 3. 7. 7. 6.